Wir haben diese Zeit extrem schnell genutzt, um hier zu lernen, wie kann man TV-Werbung nutzen, um die Marke aufzubauen, aber auch wie kann ich sie nutzen, um Umsatz zu generieren und das sehr performanceorientiert zu messen. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Gast meiner heutigen Sendung ist Dirk Graber. Er ist Co-CEO von Mr. Spex, der führenden digital getriebenen Omni-Channel-Optik-Marke in Europa. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, warum immer mehr Kunden digital ihre Brillen kaufen, warum Filialen trotzdem wichtig sind und wie sich das Marktumfeld seit Corona verändert hat. Viel Spaß bei diesem Podcast und ich freue mich über jedes Feedback. Dirk, schön, dass du heute in meinen Podcast gekommen bist. Kannst du uns mal erzählen, was die Firma, die du leitest, eigentlich macht? Also danke für die Einladung, Rainer. Ganz kurz zu Mr. Spex. Mr. Spex ist der führende Omni-Channel-Retailer in der Augenoptik in Europa. Wir haben Mr. Spex Ende 2007 gegründet, sind als reiner Online-Retailer für Brillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen gestartet und über die Jahre immer stärker Richtung Omni-Channel haben wir uns entwickelt, sodass wir heute neben dem reinen Online-Kanal auch eigene Filialen haben, Partner-Optiker-Netzwerk und das auch sehr gut integriert, sodass der Kunde quasi alle verschiedenen Touchpunkte nutzen kann, um seine Produkte zu kaufen, Dienstleistungen wie Sehtest, Anpassung von Brillen zu bekommen. Das ist Mr. Spex. Super. Bevor wir dann tiefer ins Geschäftsmodell reingehen, erzähl uns doch mal, was du eigentlich so in der Vergangenheit gemacht hast, welche Ausbildung du genossen hast und wie dein Werdegang eigentlich war? Also ich komme aus Hallerner Saale, bin 77 geboren, also schon 45 mittlerweile. Als Einstieg habe ich bei einer Deutschen Bank ein duales Studium gemacht und das habe ich von 97 bis 2000 in Leipzig gemacht. Ich habe da eine Menge gelernt, habe den neuen Markt auch in seiner Hochphase quasi auf der sowohl Bankseite als auch kleiner Privatinvestor sozusagen kennengelernt, habe aber gemerkt, dass das für mich jetzt nicht eine langfristige Perspektive war, habe dann weiter studiert in Marburg, in Moskau, dann in Leipzig an der HAL mein Diplom gemacht und bin in der Zeit auch noch mal kurz in Hongkong für sechs Monate gewesen. Ein sehr breites Spektrum an BWL und VWL-Themen gemacht, immer mit der Passion, vor allem nachher durch Leipzig sehr stark geprägt für Unternehmertum. Ich habe meine Praktika damals nicht in großen Unternehmen gemacht, sondern eher in Startups. Also ich war 2003 bei Ebay hier in Berlin, damals noch jung, dynamisch und sehr erfolgreich, sehr spannende Leute einfach zu der Zeit dort und 2004 war ich dann bei Jamba und Jamba ist ja auch so ein bisschen die Quelle für viele von den späteren Berliner Gründungen, mit sehr vielen spannenden Leuten und habe dann 2005 mein Diplom gemacht, wusste noch nicht so richtig, was ich machen sollte, hatte auch Studiengebühren zurückzuzahlen, also bin ich erst mal in die Beratung gegangen, habe bei BCG knapp drei Jahre gearbeitet, viele spannende Projekte gemacht, auch viel gelernt, würde ich auch jederzeit wieder machen und aber dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich was eigenes machen und so hat sich im Laufe von 2007 die Idee zu Mr. Spex entwickelt. Bin dann Ende 2007 aus der Beratung raus und im Dezember offiziell 2007 ging es los mit Mr. Spex. Du hattest gesagt, Hongkong war eine lange Zeit für dich, also sprich, du hattest da einen Teil deines Studiums gemacht und dann nochmal ein halbes Jahr verbracht. Was hat dich an Hongkong fasziniert? Für mich war es eine super interessante Zeit. Zum einen, ich konnte auf Englisch studieren, also das war schon mal ganz gut, einfach das Englisch, was ich so über die Jahre gelernt hatte, nochmal deutlich zu verbessern. Das andere ist so dieser Punkt, Hongkong als Stadt, natürlich heute einen Teil von China, trotzdem eben Sonderwirtschaftszone, ein sehr starkes Exposure für internationale Studenten. Also es war super spannend, mit vielen internationalen Leuten aus allen Kontinenten eigentlich zu studieren, plus die Dynamik des chinesischen Marktes, der so langsam anfing, sich zu entwickeln, zu erleben. Und ich bin großer Reisefan, also ich bin auch sehr viel in China in der Zeit gereist. Insofern war es für mich wirklich ein Gesamtpaket, was super schön war. Dann zu Mr. Spex. Ich meine, wenn man sich so den Gesundheitsmarkt anschaut, alles was so drum herum ist, scheint er ja für die Digitalisierung nicht wirklich geboren zu sein, wenn man das so sieht. Wie bist du auf DGD gekommen, was mit Brillen zu machen, also diesen Optiker-Markt zu digitalisieren? Das ist ein guter Punkt. Da half sicherlich auch ein Teil die Naivität als Neuunternehmer 2007. Ich habe mich dem Markt eher genähert, dass ich gesagt habe, wo kann ich mit meinen Erfahrungen, die ich bis dahin gesammelt hatte, eigentlich am meisten Mehrwert schaffen. Und da kam ich eben aus dieser eBay-Yamba-Ecke, was sehr viel mit digitalen Produkten oder digitalen Marketing-Kanälen, digitales Produktmanagement, wie baue ich Webseiten, wie kommuniziere ich, wie verkaufe ich online und so weiter. Mit Erfahrungen aus meiner Beraterzeit, wo ich viel mit physischem Handel, aber eben doch Corporate-Finance-Themen zu tun hatte. Da habe ich mir angeschaut, okay, was sind spannende Märkte. Und Augenoptik war eigentlich ein Markt, der zum einen relativ groß ist, damals auch schon war. Die Hälfte der Leute braucht eine Brille. Sonnenbrillen tragen fast alle Leute. Die sogenannten Unit Economics sind eigentlich ganz spannend, wenn man sich den Markt anschaut, weil so eine Durchschnittsbrille damals in Deutschland um die 300 Euro kostete und die Margen 70, 80 Prozent waren. Das war erst mal interessant. Und auf der anderen Seite gab es 2007 niemanden, der Brillen online verkauft hat. Und vor allen Dingen so ein bisschen dieses kundenorientierte, was will der Kunde wirklich aus unserer Sicht nicht gut gemacht hat. Und so sind wir eigentlich gestartet mit Mr. Spex. Das war auch eine gehörige Portion Naivität sozusagen, war dabei. Wir haben natürlich gemerkt, okay, im ersten Jahr letztendlich haben die Kontaktlinsen, ein Commodity-Produkt, sehr gut funktioniert. Ein Jahr später die Sonnenbrille. Und im dritten Jahr hat letztendlich dann die Brille sehr gut funktioniert. Also sehr viel Lern dabei gewesen. Aber so sind wir eigentlich dazu gekommen. Was würdest du sagen, waren so die Herausforderungen der ersten Tage, die Leute wirklich mal vom Analogen ins Netz zu holen? Also sprich, dass sie nicht mehr zum Wettbewerber in die Filiale gehen, sondern zu euch auf die Webseite? Oder was war? Ja, also die Herausforderung in den allerersten Tagen war überhaupt, clevere Leute zu finden. Also 2007, 2008. Das war jetzt nicht so die klassische Startups-Zeit. Da musste man erst mal gehörig in Mitarbeiterakquisitionen investieren. Aber wenn man sich auf die Kundenseite sozusagen denkt, gab es letztendlich aus meiner Sicht zwei, drei Punkte. Ein Medizinprodukt, wie du richtig sagst, kauft man nicht so einfach online. Also dieses Thema Vertrauen aufbauen beim Kunden war für uns und ist heute immer noch essentiell. Das heißt, der Kunde muss ganz klar uns das Vertrauen schenken, dass wir ihm eine Brille verkaufen, die a, ihm passt und b, mindestens die gleiche Qualität an Gläsern und Verarbeitung und so weiter hat, wie ein traditioneller Augenoptiker. So. Und das Zweite ist, und das ist vielleicht sogar noch vorgeschaltet noch, das Thema Markenbekanntheit. Also nicht nur Markenbekanntheit, sondern überhaupt erst mal den Markt zu entwickeln, den Leuten zu erklären, ja, man kann Brillen online kaufen. Und das war ja auch oft oder lange unser Claim im TV, so kauft man Brillen heute, weil viele Leute überhaupt nicht vorstellen konnten, dass man eine Brille online kauft. Viele Online-Unternehmen fangen ja damit an, dass sie ein Problem des Kunden lösen wollen. Was war denn das Problem, was ihr lösen wolltet? Was wir damals im Research schon gesehen haben, ist, dass, und das ist leider heute bei vielen Brillenkäufern immer noch der Fall, dass der Brillenkäufer mag den Kaufprozess überhaupt nicht. Zwei Drittel Leute finden den überhaupt nicht angenehm. Und das ist, obwohl das Produkt a teuer ist und b zu oft gebraucht wird. Und das hat zwei Elemente. Das eine ist sehr, sagen wir mal klassisch, ich komme in so einen Augenoptikladen rein, sehe eine Wand mit 1000 Gestellen, also Brillenfassung und dann fängt es an zu ticken und sagen, wie schaffe ich es jetzt aus diesen 1000 genau das Modell zu finden, was ich mag und was mir passt. Da gibt es ganz wenige Optiker, die mit wenigen Fragen dir, mir, diese mir stellen, danach sofort eine Brille in die Hand drücken und sagen, probier die mal. Das ist ein perfekter Kaufprozess. Der findet aber in wenigen Prozentsätzen statt. Und das zweite Problem ist, wenn ich heute zum Augenoptiker gehe, und damals war es genauso, und finde die Fassung. Die Fassung kostet jetzt, keine Ahnung, irgendeine Marke 150, 200 Euro. Dann weiß der Kunde in der Regel, Mist, die Gläser werden mindestens genauso teuer, wenn nicht doppelt so teuer. Und ich bin als Kunde beim Augenoptiker oft nicht in der Lage, selber zu entscheiden, welches Brillenglas brauche ich. Oft erklärt mir der Optiker, mit deinen Werten brauchst du auf jeden Fall diese Gläser. Und die sind meist nicht die günstigsten. Die wenigsten Kunden kommen dann an und sagen, brauche ich das wirklich? Sondern die meisten Kunden bei Medizinprodukten sagen, ganz klar, dann nehme ich das, was mir Augenoptiker empfiehlt. Ich bin aber nicht selber in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, sondern oft wird mir die abgenommen und mir letztendlich das finale Produkt präsentiert mit dem Preis. Also ich habe da wenig Transparenz und Entscheidungsmacht. Und da haben wir gesagt, diese zwei Themen, die wollen wir ganz klar angehen. Zum einen das Thema Kaufprozess, Neudeutsch sagt man, more convenient, einfacher, bequemer, intuitiver zu machen und viel mehr Transparenz im Thema Preis und den Kunden selber in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen, welches Produkt will er und wofür zahlt er beim Brillenglas auch gerne, weil er sieht, da ist ein objektiver Mehrwert versus, nee, das brauche ich gar nicht, da kann ich deutlich mehr Geld sparen. Das sind sozusagen die zwei Themen, an denen wir von Anfang an immer gearbeitet haben. Und das ist sozusagen auch der große Unterschied zu den traditionellen Brillenhändlern. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie der Markt so generell aussieht und wie digital der inzwischen auch ist. Genau. Augenoptik ist in Deutschland ein Markt, ich kenne jetzt die genauen Zahlen immer nicht, aber es wird eine niedrige zweistellige Millionenzahl an Brillen in Deutschland im Jahr verkauft. 12, 13 Millionen. Gesamtmarkt inklusive Sonnenbrillen, Kontaktlinsen ist so ungefähr 6 Milliarden Euro groß, damit man so eine Vorstellung bekommt. Und es gibt in Deutschland, ich glaube, so 11.000, 12.000 Optiker für Jahr ein. Aber der Kollege aus Hamburg verkauft ungefähr nach eigenen Angaben immer die Hälfte aller Brillen, obwohl er nur, ich glaube, 5 Prozent der Geschäfte hat. Und da sieht man schon mal sozusagen, da ist zum einen eine Konzentration, auf der anderen Seite gibt es einen sehr, sehr langen, fragmentierten Markt mit vielen kleinen Augenoptikgeschäften, die in der Regel ein oder zwei, also Optiker, die ein oder zwei Geschäfte haben. Dazwischen gibt es eben so mittelgroße Ketten, familiengeführt teilweise, jetzt in den letzten drei, vier Jahren mehr Private Equity teilweise dabei, die dann irgendwas so zwischen 30 und, ich sag mal, 50 bis 100 Filialen haben, oft eine regionale Konzentration. So, das ist so ein bisschen der Augenoptikmarkt. Und wie viel ist davon online? Das ist eine gute Frage, da gibt es immer relativ wenig belastbare Zahlen. Aber ich gebe dir mal, man muss das ein bisschen unterscheiden nach den Produktkategorien. Fangen wir mit der einfachsten an, wie ich vorhin gesagt habe, Kontaktlinse. Kontaktlinse ist ein Commodity-Produkt. Da ist natürlich die Anpassung der Kontaktlinse als Erstkäufer und manchmal auch die Kontrolle etwas, was man heute gerne noch beim Augenoptiker, beim Augenarzt oder in einem Kontaktlinsenstudio macht. Der Nachkauf ist aber in der Regel deutlich bequemer, wenn ich den online mache, durch ein Abo oder einfach durch Nachbestellen. Da ist 40, 50 Prozent der Orders heute online. Sonnenbrille ist ein Markt, da gibt es noch weniger gute Daten, weil im Augenoptikkanal werden halt nur ein Teil der Sonnenbrillen verkauft. Da gibt es viele Online-Modehändler, große Department-Stores und was auch immer. Da würde ich schätzen, irgendwas heute zwischen 20 und 40 Prozent. Es ist wirklich schwierig, da eine konkrete Zahl zu bekommen. Was online verkauft wird, in der Brille selbst, ist es so, dass, ich würde schätzen, stückzahlenbasiert 10, 12 Prozent heute online verkauft wird. Im Wert sind es aber eher die niedrigpreisigen Brillen, weil die einstärken Brillen, das ist alle, die keine Gleitsicht, also die haben nur entweder Fern- oder Lesebrille, aber nicht sozusagen eine Korrektion auf zwei verschiedenen Werten. Die sind einfacher online zu verkaufen. Das sind auch die online-affineren Kunden, die das kaufen, die 20 bis 40, 45-Jährigen. Und die Gleitsichtbrillen, da ist sozusagen noch ein sehr großer, überwiegender Teil, der stationär verkauft wird. So, das ist ein bisschen der Markt. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich möchte bei dir Kunde werden, bei Mr. Spex. Wie würde denn das praktisch erfolgen? Also gehe ich über die Webseite, gehe ich in die Filiale? Wie läuft das bei euch? Bei Mr. Spex kann der Kunde sowohl online die komplette Customer Journey laufen und online die Brille kaufen, inklusive Sehtest und so weiter und so fort. Ich erkläre gleich ein bisschen mehr im Detail, aber es geht auch komplett stationär. Vielleicht erkläre ich so ein bisschen, wie wir als Mr. Spex angefangen haben und wie sich das Modell sukzessive entwickelt hat. Ich glaube, das macht es ein bisschen plastischer. Wir sind natürlich rein online gestartet. Das heißt, wir haben eine komplette Online Journey gebaut. In der Regel als erstes kamen die Leute online, die konkrete Brille gesucht haben. Die wussten, ich will jetzt folgendes Modell von Ray-Ban, von Tommy Hilfiger, von wem auch immer. Oder ich will einfach eine günstige Brille kaufen. Auch die gibt es natürlich. Die haben eine klare Vorstellung in der Regel, was die Brille mitbringen soll, dass die eine gewisse Farbe, eine gewisse Form und so weiter hat. Die filtern die Leute sich raus und die Leute, die sehr sicher sind, die kaufen die Brille direkt online. Mittlerweile kann man das bei uns eben in so einem Virtual Tryon machen, der auch sehr gut funktioniert. Den hatten wir von Anfang an mit einem Funktion hochladen des eigenen Passfotos. Mittlerweile ist natürlich das alles deutlich mehr weiterentwickelt mit einer Video-Funktion, dass man sich einmal aufnimmt und sich dann die Brille danach auch mit seiner eigenen wieder auf der Nase angucken kann. Weil das ja oft ein Problem ist, dass die Leute, die eine Brille kaufen wollen und hohe Werte haben, das gar nicht mehr sehen, was sie da kaufen. Aber das geht. Kann man direkt bestellen. Wir bieten seit 2020 auch einen Online-Sehtest an für Einstärken-Brillen für Kunden, die zwischen 18 und 40 sind in gewissen Wertenbereichen. Kunden, die sich unsicher sind, die suchen sich bis zu vier Brillen aus und packen die in den Warenkorb. Und dann gibt es bei uns sogenannte Ansichtsbestellungen kostenlos. Das heißt, der Kunde kriegt dann vier Brillen mit diesen Stützgläsern ohne Stärke nach Hause, kann sich aufprobieren, kann sich dann entscheiden, welche er davon mit Brillengläsern haben will, retourniert die vier, ist auch ein sehr bequemes Paket zum Wiederzukleben, Retourenetikett drauf und so weiter und kriegt dann die finale Brille. Das ist sozusagen der einfachste Online-Bestellweg. Dann haben wir 2011 angefangen, weil wir gesehen haben, Omnichannel in der Augenoptik hat einen großen Mehrwert. Wir haben heute ein Partneroptikernetz aufgebaut mit über 400 Optikern, die für unsere Kunden, die noch keinen Sehtest haben oder ihre Werte nicht kennen, konnte man deutschlandweit oder kann man heute immer noch deutschlandweit einen Gutschein runterladen und entsprechend zum Augenoptiker gehen aus dem Partnernetzwerk, der den Sehtest macht und die Werte direkt ins Kundenkonto bei uns schreibt und der, wenn der Kunde es möchte, nach dem Erhalt der Brille dann auch die Brille nochmal anpasst. So und der Optiker kriegt von uns Geld für den Sehtest und eine Umsatzbeteiligung und seit 2016 haben wir eben eigene Filialen. Hier ist es so, warum haben wir die gemacht? Wir haben halt gesehen, Mr. Spex ist gewachsen. Wir haben über zehn Jahre TV-Werbung gemacht und andere Above-the-Line-Kanäle und die Markenbekanntheit ist auf 70 Prozent gestiegen. Trotzdem im Gesamtmarkt kaufen wir eben noch weniger als 15 Prozent ihrer Brille online. Dann haben wir gesagt, naja, zum einen natürlich haben wir innerhalb dieser 20- bis 40-jährigen Zielgruppe schon einen extrem hohen Marktanteil, aber das ist die Zielgruppe, die hat die geringste Brillenträgerquote quasi, die jüngeren Leute. So und dann haben wir mit den Partneroptikern, haben wir ein sehr gutes Setup, aber das sind halt auch traditionelle Augenoptiker, die Mr. Spex jetzt nicht so gerne an den Point of Sale sozusagen präsent machen. Und deswegen haben wir gesagt, und die sind in der Regel eher so in B- und C-Lagen. Wir helfen denen Frequenz zu bekommen, die helfen uns letztendlich Serviceleistungen für unsere Kunden zu erbringen. Und mit unseren eigenen Läden haben wir die Strategie verfolgt, wenn uns 70 Prozent der Leute kennen, gehen wir in hochfrequente Innenstadtlagen oder Shoppingcenter und denken dieses Thema Einkaufserlebnis nochmal komplett neu. So wie ich das vorhin erklärt hatte, wie finde ich einfach eine Brille? Wie bin ich transparent bei den Gläsern? Und wie schaffe ich es den Kunden quasi in die Lage zu versetzen, selber Entscheidungen zu treffen und nicht von mir abhängig zu sein? So ist das neue Filialkonzept entstanden und wir haben natürlich, als wir die Läden aufgemacht haben, die ersten gesehen, 70, 80 Prozent der Leute, die reinkamen, kannten uns schon. Aber ein großer Teil waren nicht Kunde. Also wir haben sehr viele Neukunden gewonnen, die natürlich erstmal rein in den Filialen den Kaufprozess abgeschlossen haben. Die können sich dann aussuchen, ob sie die Brille nach Hause bekommen oder eben im Laden wieder abholen. Aber, wichtiges Element, gleiche IT-Plattform, das heißt jeder, der rausgeht und möchte, hat sofort ein Kundenkonto mit seinen Werten, mit seinen Größen und kann danach online wieder bestellen. Und ein Drittel der Wiederkäufe von unseren Neukunden aus den Filialen kommt schon online. Also deswegen war Omnichannel für uns so wichtig. Wir haben hier für unsere Filialen keinen einzigen Euro Marketing ausgegeben. Das heißt, die Marke war schon da. Das heißt, die inkrementelle Profitabilität von den Stores war extrem hoch von Anfang an. Verkauft ihr dann eher so Modemarken als Brillen oder habt ihr Eigenmarken? Welche Strategie habt ihr da? Also wir differenzieren uns von vielen Optikern, dass wir natürlich als Online-Retailer ein deutlich breiteres Sortiment haben. Wir haben heute, wenn man Brillen und Sonnenbrillen zusammennimmt, ich glaube 13.000, 14.000 verschiedene Artikel und das von weit über 100 Marken. Wir sehen, dass wir mit unserem Sortiment heute wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Nachfrage im Markt bedienen können. Deshalb ist es, glaube ich, eine sehr breite Spanne. Wir haben sowohl starke Eigenmarken, das sind bei uns ungefähr 35 Prozent des Volumens, sind Eigenmarken in der Brille. Wir haben dann viele Marken im mittleren Preissegment. Da ist sicherlich sowas wie Marco Polo, Raven, Tommy Hilfiger sind so Marken, die wir natürlich haben. Aber wir sind eben auch sehr stark in diesem Luxury- und Independent-Segment. Also alles, was 250, 300 Euro plus ist. Und da haben wir oft auch eine Alleinstellung, weil wir der einzige Online-Länder sind, der überhaupt das Segment sehr gut abdeckt. Und haben wir in den letzten zwei, drei Jahren eben immer mehr von diesen Independent-Label, zum Beispiel hier so eine IC Berlin, auch für uns gewinnen können als Partner. Weil die gesehen haben, dass wir natürlich auch eine sehr große Plattform sind und dass Luxury und Independent auch immer mehr online stattfindet. Weil es für diese Marken oft schwieriger ist, sozusagen in die Breite zu vertreiben. Deswegen ein relativ großes Spektrum. Man kriegt bei Mr. Specs sicherlich Brillen ab 39, 49 Euro inklusive diesem Standardglas, was bei uns quasi immer inklusive ist im Preis. Und das geht hoch, man kann auch einen mittleren, dreistelligen Betrag allein für die Fassung ausgeben. Der klassische Fall ist ja, dass ich zum Augenarzt gehe, der stellt mir ein Rezept aus mit meiner Stärke und dann suche ich mir eine Brille dazu. Das ist ja ein Bereich, der relativ margenstark ist, der gerade vom Wettbewerb sehr stark abgedeckt wird. Macht ihr das auch, dass die Leute dann mit dem Rezept zu euch kommen und sagen so, die Brille brauche ich jetzt? Oder ist das bei euch weniger der Fall, weil ihr einfach eine jüngere Kundschaft habt, die halt noch nicht so in diesem Bedarf hat? Das, was du beschreibst, ist so ein bisschen die Augenoptik, wie sie vor 10, 15 Jahren war. Ich darf das sagen, meine Schwiegermutter war bis vor zwei Jahren, als sie in Rente gegangen ist, Augenärztin. Und als ich angefangen habe, mich mit der Augenoptik zu beschäftigen, war es in der Tat noch so, dass vielleicht die Hälfte der sogenannten Brillenverordnungen vom Augenarzt kam. Jetzt gab es dann aber schon 2003 diese Gesundheitsreform, das heißt Brillenzuzahlung von der Krankenkasse gab es letztendlich für 98, 99 Prozent der Kunden nicht mehr. Also nur noch für unter 18-Jährige und für ganz, ganz, sagen wir mal, hohe Werte. Und dann gab es sozusagen weiterhin den Trend, dass Augenärzte immer weniger abbrechen konnten, wenn sie überhaupt Brillenwerte bestimmt haben. Das heißt, der Augenarzt selber hat heute nicht mehr im Fokus, dass er die genauen, natürlich kontrolliert der kann ich gut sehen, aber der schreibt mir in der Regel kein detailliertes Brillenrezept mehr auf und führt die Vermessung nicht mehr durch. Das macht heute in 80, 90 Prozent der Fälle der Augenoptiker. Und dadurch, dass ich die Brille eh selbst bezahlen muss, spielt der Augenarzt heute beim Thema Brillenkauf eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Das heißt, die Kunden, ja, ein Augenarzt oder ein Optiker sind natürlich die Quellen für die Brillenwerte. Wenn sich meine Werte nicht geändert haben, kann ich auch die von der letzten Brille nehmen. Aber wir bieten natürlich diese Dienstleistungen an. Das heißt, in allen unseren Läden haben wir mindestens, glaube ich, zwei Sehtesträume. Sehtest online machen wir es mittlerweile und dann bekommt man auch seine Werte. Aber Rezept ist heute eigentlich nichts, was noch eine Rolle spielt. Jetzt hattest du das Thema Marketing ja schon angesprochen. Also sprich, eure Läden ist sozusagen auch ein Marketinginstrument für euch. Wie habt ihr das Thema Marketing generell aufgebaut? Und vor allem, wie habt ihr es durch die Corona-Zeit und jetzt danach auch angepasst? Fangen wir mal ganz, ganz zum Anfang an. 2008 haben wir, als wir live gegangen sind, natürlich erstmal so die ganz klassischen Online-Marketing-Kanäle gewählt, performance-basiert. Google, ich glaube, Facebook, weiß gar nicht, ob es die schon gab damals. Zumindest waren das so die ersten, die erste Generation Social Networks spielte eine kleine Rolle. Und 2008, wenn man sich daran erinnert, war ja eine Hochzeit der Finanzkrise. Das führte dazu, dass natürlich Venture Capital knapp war, aber auch nicht nur der Finanzmärkte in der Krise herrschte, sondern 2009 auch in Werbemärkten. Also kaum ein Konsumgüterunternehmen hat nicht seine Werbebudgets substanziell zusammengestrichen. Und das führte dazu, dass viele TV-Sender kaum noch Werbebuchungen hatten und ihre Werbeinseln, wie man das nennt, quasi vereinsamten. Und viele Digitalunternehmen dann da auf den Zug aufgesprungen sind und die Chance sehr günstig, teilweise performanceorientiert, TV-Werbung zu machen. Das haben wir auch gemacht und es war zum Anfang wahrscheinlich sehr, sehr hässliche Werbespots, die wir da gemacht haben. Aber dadurch, dass es performancebasiert war, war die Effizienz sekundär. Wir haben nur diese Zeit 2009, 2010 extrem schnell genutzt, um viel zu lernen, wie kann man TV-Werbung nutzen, um die Marke aufzubauen, aber auch wie kann ich sie nutzen, um Umsatz zu generieren und das sehr performanceorientiert zu messen. Haben wir gemacht, wir machen heute noch TV-Werbung in vielen Kanälen. Das hat zu uns natürlich zum Anfang, war das ein sehr stark eben dieser, wie es vorhin nannte, edukativer Charakter, den Leuten erstmal erklären, man kann Brillen online kaufen und im Zweifel nachher, wie geht es auch. Also mit diesen Ansichtsbestellungen, mit den Virtual Try-Ons und so weiter und so fort. Vor ein paar Jahren hat man gemerkt, mit TV erreicht man im Zweifel 30 plus als Generation immer noch sehr gut. Unter 30 wurde das schwieriger und entsprechend haben wir einen relativ großen Teil unseres TV-Budgets auch in Above the Line, aber eben eher Social Influencer umallokiert, machen das heute auch noch. Und damit hatten wir immer eine sehr gute Mischung aus Above the Line, sagen wir, Branding-Themen, die wir schon sehr performanceorientiert gemessen haben. Reinen Performance-Kanälen, die man natürlich dann mit ganzen Spillover-Effekten gut aussteuern konnte. Und das hat sich mit Covid natürlich nochmal einen Tick geändert. Also im März, April 2020 haben alle unsere Wettbewerber, vor allem weil die sehr stationär orientiert waren, ihre TV-Budgets zusammengestrichen und teilweise auf Null gesetzt. Wir waren auch erstmal vorsichtig, sind im März sehr vorsichtig gewesen, haben ja auch unsere Läden geschlossen damals für sechs Wochen und haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass wir natürlich mit diesem kompletten Online-Bestellfluss inklusive im April 2020 dann gelaunchtem Sehtest einen sehr, sehr guten Product-Market-Fit hatten. Und natürlich viele Leute, die vorher nicht online gekauft haben, dann auf einmal online kauften. Und entsprechend haben wir alle Marketing-Kanäle wieder angedreht. Dadurch, dass wir eigentlich der Einzige waren, der das wirklich online sehr gut machte, haben wir natürlich trotzdem sehr effizient Marketing gemacht, brauchten deutlich weniger als vorher ausgeben, weil Share-of-Voice war extrem hoch. Und es hat sehr gut funktioniert. Was wir dann zusätzlich gemacht haben, ist, weil wir natürlich über jetzt eine Periode von zwei Jahren gesehen haben, dass die Frequenzen im Retail deutlich schwächer waren, ging es nochmal stärker rein Richtung regionales Marketing-Marketing für Terminbuchungen in den Stores, was für den Kunden natürlich wichtig ist. Damit er sagt, oh, ich muss nicht warten, ich habe wenig Kontakte in dieser Corona-Zeit. Das war es manchmal beim Umdenken, weil ich natürlich dann die Online-Kanäle deutlich regionaler ausspielen musste. Nur da, wo unsere Stores sind, machte das Sinn. Oder die Partner-Optiker. Und dann haben wir natürlich sukzessive andere Kanäle dazugenommen. Aber ich glaube jetzt so seit März, April sehen wir, dass die Frequenzen im Handel deutlich steigen wieder. Und wir machen das weiter mit den regionalen Kampagnen. Aber das globale Online-Marketing und auch above the line fahren wir genauso weiter. Ich gehe davon aus, ihr habt auch die Kundenzufriedenheit zwischendurch gemessen. Hat die sich über Corona deutlich geändert oder war die ihr gleich? Also in der Tat, wir messen Net Promoter Score als Maßstab für Kundenzufriedenheit schon sehr lange. Und wir machen das natürlich online an verschiedenen Punkten. Wir machen das nach den Filialbesuchen, nach der Halterlieferung, nach Kundenservice. Also wir haben eine mittlere sechsstellige Zahl an NPS-Feedback letztes Jahr bekommen. Unser Net Promoter Score liegt ungefähr bei 70 im Durchschnitt von diesen ganzen Touchpunkten. Und wir haben gesehen, dass der Kunde gerade zum Anfang von Covid-Lockdown natürlich die Online-Angebote extrem gerne angenommen hat und auch sehr dankbar war. Irgendwann wird das so ein New Normal, nenne ich es jetzt mal. Und die Erwartungen steigen dann auch wieder. Aber der Net Promoter Score war bei uns in den letzten zwei, drei Jahren immer über 60, 65 mindestens. Und im Durchschnitt sind wir bei 70. Wir sehen, dass der eigentlich über viele Kanäle, also online, stationär, sehr vergleichbar ist. Also da gar nicht so riesige Unterschiede existieren. Nachdem wir jetzt das Thema Marketing besprochen haben, würde ich gerne mit dir über diese sogenannten Unit Economics sprechen. Also sprich, wie sieht so ein typischer Warenkauf bei euch aus? Wie groß ist der? Was ist eine Cross-Marge? Was habt ihr an Customer Acquisition Costs? Und was kommt aktuell an EBITDA-Marge bei euch raus? Auch da, wir können das gesamtheitlich sozusagen einmal diskutieren. Das haben wir auch auf unseren Slides immer für die Investor Relations Tage. Das ist aber relativ wenig aussagekräftig. Also ich erkläre dir auch gleich, warum. Also ich glaube, unser Durchschnittswarenkorb heute ist irgendwo zwischen 80 und 90 Euro. Die Gross-Marge ist im Durchschnitt bei 50 Euro. Und das EBITDA da unten ist aktuell bei ca. 2%. Warum ist das wenig aussagekräftig? Weil wir unser Business natürlich nach Märkten, aber auch nach Produktkategorien sehr stark steuern. Und wie ich vorhin sagte, wir sind zum Anfang von Mr. Specs sehr stark in der Kontaktlinse gewachsen. Kontaktlinse ist in einem ein Commodity-Produkt in vielen Fällen, aber ist eben auch ein sehr stark Lifetime-Wiederkaufgetriebenes Business. Der durchschnittliche Kontaktlinsenkunde, weil er so drei bis sechs Monatsboxen kauft, kauft er in der Regel zwei, drei Mal im Jahr. Durchschnittstickets relativ niedrig, Margen auch relativ niedrig. Kontaktlinsen-Margen sind in der Regel bei irgendwo 25, 30% heute angelangt im Rohertrag. Aber ich habe sehr geringe Marketingkosten, sehr geringe Prozesskosten. Wir haben gerade in eine vollautomatisierte Kontaktlinsen-Logistik investiert, wo niemand mehr irgendwas anfassen muss. Da bin ich also von den Handlingkosten super, super niedrig und habe sehr viele Touchpunkte im Jahr. Eine Sonnenbrille ist ein Modeartikel. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir einen sehr großen Anteil der Sonnenbrillen auch mit Korrektionsgläsern verglasen können. Also 80, 90% Sortiments, aber auch das tun sozusagen. Also ein sehr mittlerer zweistelliger Betrag kauft bei uns Sonnenbrillen mit Korrektionsgläsern. Das heißt, da differenzieren wir uns natürlich jetzt von so einem klassischen reinen Modehändler. Und eine Sonnenbrille hat im Durchschnitt wahrscheinlich netto nach Mehrwertsteuer und so weiter, ohne Mehrwertsteuer, ich meine so um die 100 Euro. Hat eine Marge von knapp 50%, eher so 45 meistens. Und bei einer Brille ist es so, die ist eben einen dreistelligen Durchschnittspreis. Im Laden, weil dort noch mehr Kunden vor allem Gleitsichtgläser kaufen, ist die nochmal deutlich höher. Und hier habe ich eben eine Marge in der Brille, die ist bei über 70%. Und das ist natürlich das Produkt, auf das wir uns primär fokussieren, weil es hochmargig ist. Und auch von diesen 6 Milliarden Mark sind quasi die Korrektionsbrillen, Fassungen und Gläser zusammen 70, 80%. Also das ist natürlich sozusagen der große Teil. Es ist das Produkt, was am schwierigsten online zu verkaufen ist, aber wo wir eben auch eine sehr starke Alleinstellung im Markt haben. Das ist das, wo wir fokussieren im Wachstum, auch mit den Retail-Stores natürlich. Und entsprechend verschiebt sich der Durchschnittspreis und die Durchschnittsmarge deutlich nach oben bei uns über die Jahre. Und wie habt ihr diesen sogenannten Customer Lifetime, also den Wert des Kunden über die Zeit, wie bewertet ihr den? Sind eure Kunden sehr lange dabei? Müsst ihr immer wieder investieren, dass sie wieder zu euch zurückkommen? Oder schafft ihr es irgendwie, sie zu halten? Und wie oft kommen die eigentlich zu euch? Auch da muss man es, glaube ich, wieder nach Produktkategorisierung anschauen. Eine Kontaktlinse, sagte ich vorhin schon, die Kunden kommen in der Regel zwei, dreimal im Jahr wieder. Da hat man wie ganz in ganz vielen, sagen wir mal so, Subskriptionsmodellen, beziehungsweise so Commodity-Themen, zwischen Erstkauf und Zweitkauf ist der größte Churn. Und wenn die Kunden einmal wieder gekauft haben, dann bleiben sie sehr, sehr loyal. Und entsprechend kaufen wir Kontaktlinsenkunden auch immer mit so einer Methode ein, dass wir sagen, was ist der Lifetime-Value von so einem Kontaktlinsenkunde, je nach Kanal, je nach Produkt, was er kauft. Und wir geben bis zu zwölf Monaten Lifetime-Value im Marketing aus, so dass wir nach einem Jahr spätestens einen positiven Kundenwert haben. Bei der Brille, bei der Sonnenbrille, oder fangen wir mit der Brille an, eine Brille wird in Deutschland von einem Kunden durchschnittlich alle vier, viereinhalb Jahre nur gekauft. Wir sind schon deutlich besser. Das heißt, der Kunde kauft bei uns circa alle drei Jahre eine Brille. Und das ist aber sehr schwierig, dort den Churn zu messen. Du oft nicht weißt, ist das jetzt einfach ein extrem sparsamer Kunde, so ein typischer deutscher Mann, der sich nur eine Brille wiederkauft, wenn die alte kaputt ist, oder sich die Werte geändert haben. Das heißt, der Kunde kauft vielleicht nur alle sechs, sieben Jahre eine Brille versus einen sehr modeorientierten Kunden, der gerne jedes Jahr eine neue oder mehrere Brillen haben will. Und das heißt, wir messen das natürlich als, wie oft kauft der Durchschnittskunde bei Mr. Spex. Und da sehen wir eben einen Wert, der circa bei drei Jahren liegt und der sich auch sehr konstant entwickelt. Also man hat nichts in der Glockenverteilung nach drei Jahren, sondern ein gutes Drittel kauft schon nach dem ersten Jahr oder im ersten Jahr wieder. Und wir kaufen trotzdem Brille und Sonnenbrille profitabel oder zumindest break-even beim Erstkauf, weil eben der Wiederkaufszyklus so lang ist. Wir sehen aber, dass Mr. Spex im Benchmarking gegen alle anderen Retailer, aber auch Online-Retailer die höchste Loyalität hat. Die ist sogar, zumindest aus unserer Marktforschung, die ist zumindest statistisch auch signifikant, selbst über den großen Retailern in Deutschland. Das heißt, wenn die Kunden sich einmal für uns entschieden haben, da sind sie sehr, sehr loyal. Wir müssen natürlich auch unsere Kosten decken. Deswegen sagen wir, inkrementell oder mit dem Erstkauf wollen wir in den Marginal Campaigns, also im Grenzkostenbereich, den Lifetime-Rail sozusagen maximal, also den Erstkauf, Contribution-Margin maximal ausgeben. Und entsprechend sind wir hier nicht so risikobereit. Das ist das Gute, dass du das Thema Kosten ansprichst, was ja zurzeit im Markt halt sehr viele umtreibt. Was sind denn eure großen Kostenblöcken und wie spielt aktuell Inflation bei euch rein? Also wenn man sich mal die Gesamt-PNL anschaut, dann ist es so, aktuell im Wareneinsatz ca. 50%. Die Steigerung auf den Einkaufspreisen, kann man sagen, die ist noch im moderaten, niedrig- bis mittleren, einstelligen Bereich aktuell. Augenoptik ist aber auch eine Branche, wo oft die Einkaufspreise zusammen mit Recommended Retail Price, also mit den unverbindlichen Preisempfehlungen rausgegeben werden. Und viele sich auch daran halten, also ist man hier schon in der Lage, relativ viel von dem Preis dann auch weiterzugeben. Und das sieht man auch im Markt, ganz klar. Ansonsten haben wir ca. knapp 20% Fulfillment-Kosten, also wir nennen es variable Kosten. Das ist bei uns, sind das die Logistikkosten, sowohl die Leute, die im Warenlager für uns arbeiten, die Porto-Kosten, unsere Customer Service-Kosten, die Retouren-Kosten, die Payment-Kosten. Dann haben wir Marketing, das sind bei uns, würde man sagen, irgendwas zwischen 12 und 15%. Und dann haben wir Overhead-Kosten, aktuell wahrscheinlich so 12 bis 13, 14%. So sieht es ja, was sind die Kostentreiber neben den Einkaufspreisen? Wahrscheinlich mittelfristig das Thema Energie wird sich in Transportkosten irgendwann leicht höher widerspiegeln. Obwohl ich auch glaube, dass sich das auf Sicht von ein, zwei Jahren wieder normalisieren wird. Und das Thema Gehalt, Personalkosten. Wir sind zwar jemand, der in den letzten Jahren unseren Mitarbeitern in der Logistik beispielsweise regelmäßig 5% Gehaltserhöhung gegeben hat. Wenn jetzt aber die Inflation in Q1 7% beträgt, ist natürlich bisher bei Inflation von 1% war das total okay mit 5%. Jetzt ist das natürlich schon ein Thema, wo wir uns das auch anschauen und entsprechend agieren werden und müssen auch. Und das müssen wir natürlich irgendwo anders durch Effizienzen und so weiter dann ausgleichen. Habt ihr denn oder wie sieht denn eure Auslandsstrategie eigentlich aus? Also Mr. Spex ist heute in 10 Ländern mit dedizierten Webseiten unterwegs. Und wir machen zwischen 25 und 30% unseres Umsatzes außerhalb von Deutschland. Außerhalb von Deutschland haben wir primär ein Online-Business. Wir haben aber letztes Jahr auch angefangen in Österreich und in Schweden erste Läden aufzumachen. In Österreich haben wir eine ähnliche Markenbekannte wie in Deutschland, so 60, 70%. Das heißt, da fällt das sozusagen auf sehr fruchtbaren Boden. Haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt später in diesem Jahr noch in die Schweiz gehen mit einer ersten Filiale. Und in Schweden sind wir eben, also Skandinavien ist für uns ein sehr relevanter Markt in Summe. Und hier sind wir eben auch letztes Jahr mit zwei Filialen und dieses Jahr mit einer weiteren Filiale an den Start gegangen. Wir für Mr. Spex sehen eben aufgrund dieser Omnichannel-Strategie und diesem, wir bauen eine Marke erst digital auf, dann above the line und gehen dann in den Handel. Ist es schon so, dass für uns es deutlich sinnvoller ist, erst mal sehr tief in Märkte reinzugehen und einen großen Marktanteil nicht nur online, sondern eben auch stationär zu gewinnen. Bevor wir jetzt eine Strategie fahren, die heißt, wir gehen in 50 Länder und versuchen dort inkrementell immer ein, zwei Prozent zu gewinnen. Das heißt, wir bauen immer eine starke Marke auf online und gehen dann eben stationär. Mr. Spex wird sich auch in den nächsten Ländern, in den nächsten Jahren erst mal sehr stark darauf fokussieren, in den bestehenden Märkten deutlich stärker zu wachsen. Also ich gebe ein Beispiel, wir sind jetzt in Deutschland, haben wir einen Marktanteil, der ist eben bei zwei, drei Prozent vielleicht. Da haben wir noch sehr viel Potenzial, bevor wir jetzt eben in neue geografische Märkte gehen, weil dann das Thema Markenaufbau auch immer ein gewisses Investment darstellt. In Deutschland haben wir ja nur einen Filialisten, der sehr, sehr stark ist in dem Markt, wie du schon gesagt hast. Ist es im Ausland ähnlich, dass es da so starke Platzhirsche gibt oder habt ihr da ein etwas freieres Feld? Wenn wir uns das mal anschauen, Skandinavien, da gibt es schon einen sehr hohen Filialisierungsgrad. Es gibt aber in der Regel zwei, drei Retail-Ketten, die national, also in der Regel gibt es im Ausland mehr Ketten, die national präsent sind. In Deutschland hat man ja letztendlich Fieman und Apollo und danach ist es schon deutlich ausgedünnter, das sind eher regionale Fokusthemen. In Skandinavien ist man eher bei drei, vier Ketten, das gleiche gilt eigentlich für England, da gab es, glaube ich, drei Ketten. In Frankreich ist es noch ein bisschen anders, weil Frankreich ein besonderer Markt ist. In Frankreich werden immer noch 50 Prozent der Brillen oder 50 Prozent des Brillenpreises im Durchschnitt über Versicherung bezahlt. Und in Frankreich gibt es, glaube ich, sechs, sieben Ketten, die alle nationale Präsenz haben und alle in der mittleren dreistelligen Anzahl von Filialen haben. Und es gibt aber auch Märkte Richtung Osteuropa, da sind wir noch nicht. Die sind deutlich fragmentierter. Italien war auch ein Markt, der deutlich fragmentierter war. Spanien ähnlich. Da gibt es sicherlich immer Ketten, aber mit deutlich niedrigeren Marktanteil, als das jetzt beispielsweise in Deutschland ist. Jetzt würde ich gerne mal auf euren Börsengang zurückkommen, der jetzt noch nicht so lange her ist. Letztes Jahr im Sommer seid ihr in die Börse gegangen. Was war denn der Grund für den Börsengang? Und was würdest du sagen, wie hat sich der Markt seitdem für euch verändert? Der Grund für den Börsengang bei Mr. Spex war ganz klar, wir haben eine langfristige Wachstumsstrategie. Und wir wollten die natürlich mit neuem Kapital unterlegen, sodass wir da auch sehr lange sozusagen gut finanziert sind und entsprechend diesen Plan umsetzen können. Wir sind 2007, 2008 gestartet, hatten schon erste institutionelle Investoren Ende 2008 für Mr. Spex gewonnen. Und haben dann sukzessive Finanzierungsrunden gemacht. Das heißt, es gab natürlich auch ein Bedürfnis bei bestimmten Gesellschaftern, irgendwann ein liquides Asset zu haben. Das ist natürlich in einem Private-Market-Umfeld, kann man das über Secondaries lösen. Ist aber oft eher eine schwierige Transaktionsstruktur. Da ist man die Frage, ist das jetzt wirklich wertmaximierend für die Altgesellschafter und so weiter und so fort, weil man oft Primary und Secondaries vermischt. Also das ist nicht ideal. Deswegen haben wir gesagt, naja, wir als Management-Team, als Gründer glauben, dass wir in den nächsten zehn Jahren ein riesiges Potenzial haben. Wir haben eine gewisse Größenordnung damals schon erreicht gehabt und hatten auch ein positives EBITDA. Und deswegen haben wir gesagt, hier, jetzt fühlen wir uns auch reif, um an die Börse zu gehen. Wir haben 245 Millionen Euro Geld in die Firma sozusagen aufgenommen, um jetzt in den nächsten fünf, sechs Jahren das, was wir da auch sozusagen präsentiert haben, umzusetzen. Was hat sich geändert? Also vor allen Dingen hat sich aus meiner Sicht geändert, dass der Fokus von Wachstum viel stärker auf Cashflow wahrscheinlich, Profits an der Börse gedreht hat und viele Investoren aus Wachstumzitteln rausgehen und in andere Segmente reingehen. Ich glaube, alle consumer-orientierten Börsengänge im letzten Jahr oder vor allem im Halbjahr tun sich mit der aktuellen Aktienperformance super schwer. Das andere, was noch passiert ist, glaube ich, letzten Sommer durch Covid und so ein bisschen das Wiedereröffnen, gab es einen relativ starken Traffic-Einbruch auch für viele Online-Themen. Und jetzt nicht nur Mr. Specs, sondern eben, das kann man sich ja anschauen, im Fashion-Bereich, im Home-Furniture-Bereich und so weiter und so fort. Was erst mal seit Mitte letzten Jahres, sagen wir mal, die Wachstumsraten für viele von den Unternehmen auf ein deutlich niedriges Niveau abgesenkt hat im Vergleich zu den letzten zwölf Monaten. Und da werden wir jetzt auch im zweiten Halbjahr wieder einen Trendsumkehr sehen, weil natürlich dann die Year-over-Year-Effekte deutlich schöner aussehen für die Unternehmen. Das ist ein guter Stichpunkt, dass du sagst, die langfristige Entwicklung, weil wir sehen ja relativ oft, dass es kurzfristig auch mal Auf und Abs gibt, wie wir es jetzt, wie gesagt, mit diesem ganzen E-Commerce-Thema auch an der Börse sehen. Aber langfristig hat man ja als Unternehmer eine ganz andere Idee. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie denn so die langfristige Strategie bei euch aussieht, wo ihr hinwollt, was das Thema Umsatz betrifft, was vielleicht mal auch das Thema Margen betrifft und wie die Firma vielleicht in fünf Jahren, in drei Jahren aufgestellt sein könnte. Was zeichnet die langfristige Strategie für Mr. Specs aus? Das ist, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, genau auf diese zwei Punkte noch besser eingehen zu können. Das heißt, das Thema Brillenfassungsauswahl einfach auf ein neues Level zu bekommen und natürlich weiterhin zum Thema Brillenglas transparent sehr faire Einstiegspreise zu haben. Und dann eben genau in dieser, wir nennen das Empowerment des Kunden, Empower and Inspire Customers to buy and wear glasses with joy and fun für Mr. Specs zu gewinnen. Und das wird uns auch weiter prägen. Ich gebe dir ein paar Beispiele, was wir damit meinen. Auf der Produktseite arbeiten wir eben sehr stark daran, dieses ganze Thema Empfehlung, welche Brillenfassung passt dir, auf ein neues Level zu heben. Da haben wir auch gerade eine Technologiefirma 100% gekauft, in die wir vor 18 Monaten investiert hatten, die uns genau erlaubt, eben über Mobiltelefonen scannen von deinem Gesicht zu machen, die Größe des Gesichtes auszumessen und dann entsprechend über gute Algorithmen letztendlich Empfehlungen zu machen und sagen, diese Brillen werden dir passen. Das zweite Thema, um auf der Empfehlungsseite gut zu werden, ist natürlich dieses ganze Thema Content und Inspiration der Kunden. Immer mehr Käufe starten online. Weniger Kunden gehen nur noch in den Laden rein und sagen, ich lasse mich mal komplett überraschen, was es gibt. Oft startet das eben mit Social Media irgendwo. Gerade die jüngeren Kunden lassen sich dort oft inspirieren, sehen Themen und so weiter und so fort. Also da arbeiten wir sehr stark dran, dass wir sowohl den Content, eben aber auch dieses Thema Recommendation sehr stark nach vorne bringen. Und das wollen wir natürlich auch in der Filiale haben. Wir haben zum Beispiel unsere Filialen ja so aufgebaut, dass die Fassungen nicht primär nach Marke sortiert sind, sondern eben nach Fassungsform und Größe. Das heißt, wenn der Kunde einmal was gefunden hat, was ihm gefällt, sind alle Brillen, die in dem Laden ähnlich aussehen, genau um diese Brille herumgeclustert. Sodass der Kunde durch einfaches Probieren sehr schnell findet, ah, das ist eine Brille, die finde ich gut, hier finde ich alle ähnlichen. Daran arbeiten wir. Auch langfristig als Vision, also eine unserer Kernsäulen der Strategie ist immer das Thema Customer Experience. Da gibt es noch ein paar andere Elemente. Wir versuchen natürlich sehr viel Daten zu nutzen. Wir haben in Deutschland über dreieinhalb Millionen Kunden, die alle bei uns online gekauft haben. Da haben wir natürlich eine Menge Informationen, was haben die Kunden gekauft, was passt denen, was passt denen nicht und so weiter und so fort. Das andere ist, dass wir natürlich sagen, ja, wir wollen Märkte entwickeln und wollen gewisse Umsatzwachstum erreichen. Das ist bei uns das Ziel, 25 Prozent Umsatzwachstum mittelfristig. Das kommt zum Teil aus dem Online-Business und das kommt zum Teil aus dem Filial-Business. Wir glauben, dass wir in Deutschland so ein Potenzial von um die 200 Filialen haben. Heute haben wir in Deutschland ein paar und 50, in Summe knapp 60 gerade. Das heißt, da würden auch noch eine Menge neue Filialen dazukommen. Aber eben immer mit dem Hintergrund, das hilft uns als Omnichannel-Retailer. Wir wollen nicht derjenige im Retail sein, der die meisten Filialen hat. Das ist überhaupt nicht unser Ziel, sondern wir glauben, dass wir schon deutlich weniger Filialen hinbekommen und mittelfristig so einen balancierten Umsatzmix zwischen Filialen und Online 50, 50 ungefähr haben. Wir sehen eben, viele unserer Kunden, wir haben ja an jedem Produkt so ein digitales Preisschnitt, scannen das und beenden den Kauf gar nicht im Laden, sondern machen das online. Wir informieren sich aber, sind deutlich stärker in den Kaufprozess involviert, als das vielleicht der traditionelle Brillenkunde ist. International, wenn man sich diese Dimension noch aufbaut, ist es sicherlich so, dass wir erst mal als unseren Kernmarkt Europa sehen. Und jetzt nicht sofort in andere Kontinente decken. Das hat auch sehr viel mit den Marktstrukturen zu tun, sehr viel mit Operations und Fulfillment zu tun, weil in der Augenoptik eben das Thema Qualität super wichtig ist. Und wir das hier aus Berlin raus machen, ein großes Logistikzentrum mit einer eigenen, sehr modernen Werkstatt, wo wir die Brillengläser zuschneiden, montieren und eben an den Kunden schicken. Also das ist so ein bisschen die Vision, sehr klar an der Customer Experience, da der führende Anbieter zu sein, Märkte zu bearbeiten und sukzessive sicherlich den einen und dann den nächsten und den nächsten Markt in Europa für uns zu gewinnen. Habt ihr dafür in der Zukunft ein gewisses Umsatz- oder Ertragsziel auch ausgegeben? Genau, also Umsatzwachstum, unser Ziel ist, das mittelfristig auf 25 Prozent zu bekommen. Wenn man jetzt das ausrechnet, würde man wahrscheinlich 2025 irgendwo bei 450 plus minus Millionen rauskommen. Und wir sehen eben ertragsseitig, dass unser Ziel ist da, Adjusted EBITDA, Schrägschräg EBITDA von, wir sagen glaube ich immer, in der Guidance ist das Low Teens, so heißt das im Finanzdeutsch, anzustreben. Parallel zu dem Wachstum, das muss man glaube ich immer verstehen. Und woher kommt das? Das kommt eben sehr stark aus dieser Fokussierung auf Brille, höhere Margen. Ich habe gesagt, 70 Prozent haben wir eine Marge der Brille. Heute sind wir im Durchschnitt bei 50. Das heißt, wenn ich eben den Brillenanteil deutlich steigere, ist eben das Ziel, die Grossmarge alleine auf über 60 Prozent mittelfristig zu bekommen. Was sich sehr schnell dann auch im EBITDA widerspiegelt sozusagen. Also ein Großteil der EBITDA-Improvements kommt eben durch den Kategorie-Shift. Und natürlich wollen wir auch im Overhead effizienter werden, dass man so ein bisschen Operational Leverage hat. Und das Thema Wachstumsfinanzierung spielt dann nach dem Börsengang nicht mehr so die Rolle, weil ihr jetzt genügend Cash habt, um dieses Wachstum zumindest für die nächsten Jahre voranzutreiben? Ja, aber das Ziel ist ganz klar, mit dem Geld, was wir aus dem Börsengang eingesammelt haben, auch Cashflow profitabel zu werden. Und dann, wenn man eben eine gewisse Anteil von Retail-Stores hat, auch die weitere Expansion, sowohl stationär als auch online, aus dem operativen Business zu finanzieren. Wenn wir jetzt mal größere Übernahmen irgendwann vor der Brust hätten, wäre das was anderes. Aber das ist aktuell kein Thema. Und kannst du uns ein paar Worte zu eurem Management-Team sagen, wie sich das zusammensetzt? Also, wir haben einen Vorstand, vier Personen. Das ist zum einen der Mirko Kasper, der mit mir zusammen, Mr. Spex, schon seit, ich muss jetzt lügen, ich glaube elf Jahren führt. Dazu haben wir letztes Jahr neu in den Vorstand die Maren und den Sebastian. Maren macht das ganze Thema People, Organisation, Kommunikation, aber auch eben Sustainability, verantwortet sie. Und Sebastian ist so ein klassischer CFO bei uns in den Vorstandsberufen. Das sind aber nicht alle im Management. Also, wir haben ein sehr starkes Management noch unterhalb des Vorstands mit Leuten, die teilweise über zehn Jahre bei Mr. Spex sind und teilweise Leute, die eben seit ein, zwei Jahren dabei sind. Da gehört natürlich auf dieses Level dann sowohl CTO als auch Chief Product Officer, was bei uns eine sehr essentielle Rolle spielt. Wir haben über 100 Leute in IT und Product Management. Dann ist da ein CMO für den Markt. Da ist jemand, der für die Ferien verantwortlich ist und jemand, der für Daten zuständig ist, ist auch auf dem Level. Operations und ich glaube so, das sind die wesentlichen Funktionen. Wenn man sich jetzt die reine Aktienkursentwicklung des Unternehmens anschaut, wie gesagt, auch in dem Kontext, dass E-Commerce in den letzten zwölf Monaten also doch sehr stark aus dem Fokus der Investoren geraten ist. Was würdest du deinen Investoren im Unternehmen und auch deinen Mitarbeitern sagen, was dich sozusagen konfident stimmt, dass sich das auch wieder ins Positive entwickelt? Klar, also sind wir jetzt mit der Aktienkursentwicklung zufrieden? Nein, überhaupt nicht. Auf der anderen Seite habe ich auch verstanden in den letzten zwölf Monaten, dass das zwar langfristig, glaube ich, an den Erfolg des Unternehmens sowohl auf der Wachstumsumsatz- als auch der Ergebnisseite gekoppelt sein sollte und in der Regel auch ist. Aber kurzfristig, dass das nicht immer so ist, was sozusagen stimmt mich komplett positiv beziehungsweise zuversichtlich, ist, dass wir auf der operativen Seite eigentlich genau das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben und da auch gute Erfolge sehen, sowohl was die Retail-Expansion angeht, neue Filialen. Wir machen dieses Jahr mindestens 20 Filialen auf, haben jetzt allein, glaube ich, jetzt schon über elf zwischen März und heute aufgemacht und sehen, dass die auch sehr gut von den Store KPIs sich entwickeln im Rahmen oder leicht über den Erwartungen, was sehr gut ist. Das andere ist, dass wir online auch Fortschritte machen, was Produkt angeht, was Customer Loyalty angeht, plus wir eben sehen, dass diese Technologie-Investments, die wir haben und gemacht haben, auf das Thema Fassungsempfehlung, Größe und so weiter, in Tests extrem gute Verbesserungen von KPIs sehen, sowohl was Conversion-Rates angeht, aber eben auch deutlich niedrigere Tourenraten für Online-Bestellungen. Und dass wir, wenn man sich das auf eine lange Zeitreihe anguckt, Mr. Specs hat jedes Jahr, sind wir zweistellig gewachsen, also auch wenn es schwierige Marktphasen gab, hatten wir immer eine Antwort da drauf. Wenn man sich das anguckt, wir haben quasi am Markt, hat sich in den letzten zehn Jahren, glaube ich, um 20, 30 Prozent erhöht. Wir haben uns versechsfacht oder sowas. Kann man auch auf Benchmark vier Jahre nehmen, dann ist es trotzdem immer noch eine signifikante Outperformance. Und dass wir natürlich auch operativ sehen, dass wir es schaffen, die Marge sukzessive zu steigern und dass wir effizienter werden im Overhead und so weiter und so fort. Also in Summe, glaube ich, sind wir sehr, sehr confident und ich auch persönlich sehr confident, dass eben genau das aufgeht, was wir uns mit dem IPO-Plan auch vorgenommen haben. Wunderbar. Dann habe ich jetzt noch drei persönliche Fragen an dich. Und zwar, die erste ist, was du im letzten Jahr privat oder beruflich neu gelernt hast. Also ich würde das eher auf der persönlichen Seite beantworten wollen. Und das ist jetzt eher kein schönes Thema. Aber ich habe halt sowohl privat als auch in der Firma viele Leute auf einmal gehabt, die auch sehr schwer krank geworden sind. Und das in einem Alter, wo du mit Ende 30, Anfang 40 irgendwo bist. Und da habe ich sozusagen für mich nochmal viel stärker realisiert, wie wichtig natürlich die persönliche Ebene zu Mitarbeitern, aber eben auch im Freundeskreis ist. Und dass man sie dafür auch auf jeden Fall Zeit nehmen sollte, um hier nicht nur immer über Berufliches zu sprechen. Weil ich glaube, wenn ich es schaffe, dort mit den Leuten gut und sehr respektvoll sozusagen umzugehen, bringt es dir, glaube ich, langfristig extrem viel in diesen Beziehungen. Aber zahlt eben auch auf zukünftige Beziehungen mit deinen Mitarbeitern oder mit Freunden und so weiter ein. Nächste Frage ist, hast du ein Lieblingsbuch oder was liest du gerade? Ich bin immer nicht so ein Freund von diesen Büchern für Unternehmer, die sagen, wenn du diese drei Sachen tust, dann wird alles gut. Davon habe ich auch ein paar gelesen. Die stehen jetzt hier nicht auf der Liste. Ich bin ein sehr großer Freund von Ben Horowitz. Und zwar, weil er, nicht weil er jetzt ein toller Investor ist, sondern weil er eigentlich als Unternehmer sehr viele Sachen durchlebt hat. Und dieses Buch, The Hard Things About Hard Things, ich glaube, ich beschreibe eben Situationen oder Probleme, die man als Unternehmer lösen muss, die immer wieder kommen. Egal, ob du ganz am Anfang stehst oder nach 15 Jahren. Wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, hilft mir das immer extrem. Und erinnere mich immer an dieses Buch, dass ich es mal gelesen habe. Und jetzt gerade habe ich angefangen, ein Buch zu lesen, Make Your Bed. Kann ich nur empfehlen. Das ist von so einem ehemaligen US Admiral, der auch seine Weisheiten aus 38 Jahren als Navy SEAL mitbringt. Das habe ich aber auch gelesen, um so ein bisschen bei der Erziehung unserer Kinder zu überlegen, was bringt man sozusagen Teenagern heute bei. Make Your Bed ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, als Unternehmer gehört ja auch mal ein bisschen Glück mit dazu, um erfolgreich zu sein. Oder wie siehst du das? Auf jeden Fall. Ja, also es gibt zwar diesen, glaube ich, von Hermann Gerland den Spruch, immer Glück ist auch können. Aber ich würde mal sagen, als Unternehmer, ja, man braucht auch immer Glück. Also das ist manchmal, sind es bestimmte Umstände, Situationen. Oft sind es großartige Leute zu treffen und sie von dem Unternehmen zu begeistern, irgendwie als Mitarbeiter zu gewinnen. Manchmal sind es auch Kleinigkeiten. Und ich glaube, ja, wir hatten auch oft als Mr. Specks Glück, haben aber auch immer hart dafür gearbeitet. Dirk, ich sage ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. War ganz toll, hat mir viele Einblicke in die Kampagne gegeben. Und ich freue mich, dass du heute hier warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachte die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss auf unserer Website www.lynxbroker.de und den Haftungsausschluss auf unserer Website.